Herzlich Willkommen zu den neuesten Nachrichten von FANNEWS aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukaskopi TV. Noch bevor Tijan Tiam Ende Juni den Chefposten bei der Credit Suisse antritt, haben die Vorarbeiten zur weiteren Expansion in Asien begonnen. Wie Francesco de Ferrari, der Leiter für das Private Banking in Asien in einem aktuellen Interview durchblicken lässt, braucht die Schweizer Großbank einen Quantensprung bei den verwalteten Vermögen. Im Klartext, die Credit Suisse muss zukaufen. In der Branche geht man davon aus, dass die Credit Suisse das asiatische Private Banking-Geschäft eines großen Hauses übernehmen könnte, das sich ebenfalls reorganisieren muss. Dabei würden die Schweizer zwischen 40 und 60 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen anpeilen. Diese Anforderungen erfüllen derzeit vor allem zwei Banken, die britische Standard Chartered sowie die französische BNP Paribas Wealth Management. In Frankreich haben die Behörden Ermittlungen gegen den Rechtspopulisten Jean-Marie Le Pen aufgenommen. Sie verdächtigen ihn des Steuerbetrugs. Die Spuren sollen in die Schweiz führen und drei Schweizer Banken betroffen sein. So soll der Sekretär Le Pens bei der Genfer HSBC Private Bank ein Konto eröffnet haben, um Geld auf die Bahamas zu verschieben. Im Visier der Behörden ist auch Le Pens Ehefrau. Sie soll bei der Credit Suisse Geld deponiert haben, das dann der Société Générale überwiesen wurde. Und schließlich muss auch die UBS befürchten, von den französischen Verwandern befragt zu werden. Le Pen soll dort bereits in den 1980er Jahren ein Konto eröffnet haben, das schon mehrmals Gegenstand von Ermittlungen war. Weil im Zusammenhang mit dem FIFA-Skandal immer wieder von Millionenzahlungen und Geldkuverts die Rede war, wollte der britische Spezialist für Salärvergleiche Emolument wissen, wo mehr verdient wird. Im Handelsraum einer Bank, bei einem Hedgefonds oder bei der FIFA. Das Ergebnis ist eindeutig. Angestellte des Weltfußballverbands verdienen über ein Drittel mehr als Bankleute. Das FIFA-Durchschnittsalär beträgt 242.000 Dollar, das eines Effektenhändlers 194.000 Dollar, während es sich bei Hedgefonds auf 180.000 Dollar beläuft. Emolument kommentierte die Ergebnisse mit der Anmerkung, dass sich die FIFA als gemeinnützige Organisation bezeichne, sei wohl ein Witz. Vermutet wurde es schon einige Zeit, doch dann ging es schneller als gedacht. In der Deutschen Bank wird die Führung ausgewechselt. Wie diese Woche bekannt wurde, werden der Inder Anju Jain und der Deutsche Jürgen Fitschen durch den 54-jährigen Briten John Cryan abgelöst. Das glücklose Führungsduo hatte mit seiner Strategie 2020 versucht, das größte deutsche Kreditinstitut wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Aber ohne Erfolg. Denn auf der Hauptversammlung wollten nur 61 Prozent der Aktionäre Jain und Fitschen entlassen. Der neue starke Mann ist ein unprätentiöser Schaffer, der vor allem bei der UBS als Finanzchef eine steile Karriere machte. Als er vor vier Jahren als Konzernchef übergangen wurde, verließ er kurzerhand die UBS. Bislang galt Cryan eher als Maschinist, denn als Admiral auf der Kommandobrücke. Bei der Deutschen Bank wird er zeigen können, wie viel Führungsfertigkeit in ihm steckt. Die Schweizer Privatbanken sind von den Negativzinsen besonders stark betroffen und haben dies auch schon deutlich beklagt. Doch nun stößt die Vereinigung schweizerischer Privatbanken in aller Deutlichkeit nach und stellt fest, dass der negative Zins auf den Girokontoguthaben zu einer enormen Wettbewerbsverzerrung führe. Vor allem die Groß- und die Kantonalbanken würden durch die Geldpolitik der Nationalbank bevorteilt. Denn diese könnten ihre Reserven in Kredite lenken, während dies Privatbanken nicht möglich sei. Damit nicht genug. Die Privatbankier-Vereinigung stellt die Wirkung der Negativzinsen und die Geldpolitik der Nationalbank überhaupt in Frage. Schließlich sei der Franken nach wie vor überbewertet. Und wo Privatbanken die Kosten der Negativzinsen auf die Kunden überwälzten, hätten diese ihre Vermögen abgezogen. Auch davon würden vor allem die Großbanken profitieren. Interessant wird es darum am kommenden Donnerstag, wenn die Schweizerische Nationalbank ihre geldpolitische Lagebeurteilung abgibt. Die Frage ist, ob die Nationalbank trotz der nicht eindeutigen Wirkung der Negativzinsen an dieser unpopulären Maßnahme festhält. Nationalbank- Präsident Thomas Jordan hat bereits in Aussicht gestellt, dass bei einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft das Zinsniveau in der Schweiz auch ansteigen werde. Nun haben sich gerade die jüngsten Konjunkturprognosen für die Eurozone verbessert. Was dies für die Negativzinsen heißt, werden wir nächste Woche sehen. Das waren die neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit ducascopy.tv. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind auch in der kommenden Woche wieder für Sie da. Auf Wiedersehen und haben Sie einen schönen Tag. Vielen Dank.